Das ist das nächste Ausgabe, wie hoch bist du denn? 83. Ach so 400 habe ich mir schon vorgestellt. Ich meine, der Dynamik wird es nicht reichen. Ich setze mir immer so ein Limit nach unten, so 50 Meter oder so. Dann kannst du trotzdem vorbeikommen. Ja. Dann bin ich schon.